Keine Ahnung, ich schreie mich doch nicht immer so aggressiv an, Laura. Ich kriege immer bloß noch ein Dingsrein, Arschscheide. Wir müssen... Ich brauche aber so einen Scheiß-Tierer-Helmut, ne? Kannst du keinen erzählen. So, warte, jetzt muss ich mir auf jeden Fall... Nein, ich muss... Wo bin ich denn? Genau da, wo ich bin, muss ich mir jetzt einen Wegpunkt setzen. Ich muss mir jetzt genau hier einen Wegpunkt setzen. Da muss ich jetzt nach Hause radeln. Ne, ich muss meine Quest abgeben. Da muss ich nach Hause radeln, da muss ich mich nackt machen, da muss ich wieder herkommen. Muss ich den Rest des Spittels holen, muss ich wieder nach Hause radeln und muss mich wieder nackt. Und wieder nackt machen. Das hat immer ganz schön viel mit nackt sein zu tun. Gebt mir den Stein, du kleiner Mieser. Okay. Hm. Den Eisenvorschlag kann man, nehm ich sehr gerne mit. Und dieses geschmiedete Stahl auch. Nur Nacht, nur Nacht, das ist mir alles egal. Sie wissen, da nehm ich das. Oder das hier, nehm ich dann das, das Unternehmen beim Händler. Dann sag doch mal, wo schläft denn jetzt mein Bett? Ach, da hinten. Hm. ich werde nicht mal ganz so lange machen ich muss morgen früh wieder raus ja ungefähr um 10 ungefähr um 10 aber schon bei die nacht davor wieder wenig gepennt ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will und lass mich doch, warte mal, du kannst raus, du kannst raus, du kommst da hin Ah doch, Kleidung hier, da haben wir doch was Zeitschriften Achso, okay Du bist meins, du bist meins, meine, 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 alles meins Achso, okay Hallo Marion Was, wie jeden Monat, das ist ja ganz schön viel, oder? Das ist ja ganz schön öfter Okay, da hat sie das, 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 das und das Das müsste doch Ja Ja schön Ja normal, schreibt sie Okay, dann müssen wir jetzt wirklich wieder vollmotiviert dahinter radeln Oh man Dann müssen wir diese Kacke ausladen, dann müssen wir wieder hier herradeln, dann müssen wir uns wieder nackt machen Äh, ich bin irgendwann mal so froh, wenn ich ein Motorrad hab Hast grad ein bisschen geschlafen, ja, ist doch auch was Feines Kann ich grad nicht, Laura Ich nehm das doch nebenbei mir auf und da kann ich doch nicht aus dem Game rausgehen Ich nehm das doch nicht, ich bin immer wieder nicht mehr ganz so lange also vielleicht halb um vier so ich und ich ich Ach man, hier liegt immer so viel Müll rum, was du eigentlich immer alles einsammeln müsstest. Die ganzen Autos, Plündernade, da kommst du halt gar nicht dazu, das alles zu machen, weil du permanent überfüllt bist. Ich sag ja, ich wünsche mir das immer fast überführt. Ach man, okay, da können wir jetzt bloß nach Hause raten, noch so den ein oder anderen Spittel looten. Okay. Sap. Stuff. Hey. Dürfte ich denn mal Ach, das Silberpferd runter Nein, nicht jetzt Oder Ah, das war bloß verpackt Aber es müsste jetzt sowieso bald passieren Immer circa um drei Oh, warte mal, was ist aber Nicht, dass mir das passiert wie das letzte Mal Da war auf jeden Fall das Fahrrad weg Ich stande das an irgendeinem Ort Und ich durfte erstmal eine halbe Stunde suchen Ja, okay, es war keine halbe Stunde, aber fast Ja, das ist halt doof, wenn dann halt einfach erstmal der Disconnect kommt Oder dieser Server neu start Und du halt einfach nicht daran denkst Und ich dachte gerade, es ist halt wieder soweit Eigentlich müsste es ja um die Zeit Ähm, okay Ja, okay Indem nicht mal irgendwas Schönes sein Irgendwie so ein, keine Ahnung Panzer oder so Bisschen mit dem Panzer hier rumscheppern Hier sind ja auch nicht mal Zombies Was ist hier los? Ich glaube, wir haben die Apokalypse überlebt Okay Ich hab keine Ahnung Oh, doch, da hinten kriegt man den Genau jetzt läuft der gerade los Oh, wir haben getroffen Schlaf schön Ich hab keine Ahnung Oh, ich ver requires Oh, hier bin ich gestern stehen geblieben. Mir ist gestern der Server abgekackt. Ja, das war das. Ich habe nämlich gestern vor sich selber mein Fahrrad ins Inventar gepackt, weil ich nämlich wusste, okay, ich selber scheiß bald ab. Weil die Nacht davor, da war ja einfach mein Fahrrad verschwunden. Das lag dann irgendwo in der Ecke rum. Er hat im Zartox Ammo passiert, wo das selber runtergefahren ist und er hat im Auto gehuckt. Ja, das ist halt schon sauscheiße. Das Auto in die Ecke gestellt. Na, super. Ich könnte zur Not dann auch mal gucken. Bei den Händlern kann ich ja mal abfahren. Also ich kenne ja jetzt schon fünf Händler. Ob der irgendwo Klebeband oder Kleber oder irgendwas hat. Wenn wir halt eine gewisse Anzahl an Tau-Sammler haben, könnte man nachher Klebeband ohne Ende machen. Gut, da brauchst du ja auch den ganzen Kleber, ne? Gut, man braucht pro Tau-Sammler glaube ich vier Klebebänder. Aber dann kriege ich mal ordentlich Wasser, wenn man genug hat. Und dadurch kann man dann genug Klebeband herstellen. Wenn wir das Wasser jetzt nicht zum Trinken benutzen, was ja nicht nötig ist, weil die Smoothies sind in der Mache. Beziehungsweise kann ich jetzt demnächst nicht mehr als genug, wo ich herstellen kann. Ja, ich brauche aktuell eh nichts trinken. Ich kann unterwegs trinken. Ja. Der schlöre Format. Das ist halt geil. Wasser, dann heute früh ist sexuell erregt von den ganzen Heften. Auf jeden Fall. Aber wo Hefte, kannst du die auch noch ausnehmen, ne? Ah ja. Warum sind hier Zombies aufgetaucht? Tatsächlich geil. Ihr seid hier in der Nähe von der Plantage, kann das? Ja. Aber die haben sich hängen gesetzt zum Schlafen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das noch in dem Chunk drin? Ne, in dem selben Chunk dürfte das nicht sein. Eine Ahnung. Chunk sind 16 mal 16 Blöcke. Ein Chunk. Ich geh nochmal auf. Kann ich nochmal Hilfe? Irgendwie das Gitter ist weg. Es ist weg. Ich finde das Gitter nicht mehr. Hör auf, unser Hausarzt zu schlagen. Du brauchst einen Block, oder wie? Da war doch ein Gitter, aber ich weiß nicht mehr, wo ich... So, Moment. Ich hab's abgerissen, aber ich weiß nicht. Ja, genau. Ich verbessere das mal, dann kannst du es nicht wegnehmen. Okay. So. Kannst du es schön kopieren. Okay, danke. Kein Ding. Kollege, doch nicht jetzt. Genau, weil diese Annabelle hat da keinen Bock drauf, also. Na wirklich nicht. Was soll das denn bitte? Frech. Mann. Du musst was trinken und essen, Kollege. Du? Du machst hier so Ballaba. Lugge, ich hab dir gleich nochmal drei Bücher reingetan. Perfekt. Danke schön. Ich hab wieder kein Beton dabei. Oh, bist du. Ich hab ne Lieferung. Ist einfach toll, dass diese Autos hier alle von Bong sind. Genauso wie die Monitore. Von Bong? Was? Von Bong. Einmal, zweimal. Ohne Kaffee. Danke. Moment, da war noch ein Kaffee. Der extra starke. Extra starke. Der Melasse-Mensch, oder? Ja. Ich Idiot, hab den Beton liegen lassen. War super. Lauf bei dir. Natürlich im Kopf, hast du ne Beine oder wie war das, ne? Ja. Ja, irgendwie schon. Ja. Hab mich ja gar nicht einer angeknüpft. Da war ich. Ich hab's gemacht. Entschuldigung. Ne, das war die halbe Hose hier. Hm. Und weg ist er. Haben wir schon irgendwo ne Kiste für Kohle? Ich glaube nicht. Kannst du eine von den rechts in dem Chemielabor, oder kannst du eine von den drei, die noch nicht beschrieben sind, kannst du da für Kohle nehmen dann. Okay, ich stelle ich ganz oben rein. Ich hätte jetzt gesagt, die schwarze, aber das wäre rassistisch gewesen. Ja. Vor allem wäre es... Ja, das auch. Und es wäre halt auch weiblich gewesen, ne? Weil wegen die schwarze Kiste. Also, ich mag zwar vieles sein. Jetzt dauert das erstmal ein bisschen, bis er den Saft verendet. Mhm. Ja, ich war's. Wie, ich bin fertig. Ich hab ja gehört, die Armbrust möchte niemand haben. Spielt denn jemand damit, oder? Die Vierer? Ne, wie ich nicht. Und, Doreen, wie kommst du da oben zurecht? Ja. Na, so viel Spaß hatte ich nur lange noch... äh, schon nicht mehr. Ein bisschen Befüge mit dem Tuch. Das ist nix für mich, okay. Aber wir haben uns alle reingefummelt. Das Spiel ist auch so vielfältig, das hat man nicht von heute auf morgen gelernt. Bei die Sims ist es einfacher als wir hier. Ich warte hier auf dich, mit deinen gelben Augen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, mit wem Sardox redet. Das geht glaube ich erst ab Stufe 4. Ich glaube ab Stufe 4, ja. Ich habe auch gestern nochmal, keine Ahnung, durch Mission irgendwie 45 oder 6 geschmiedet und Stahl genommen. Ist bei Kleidung nichts drin? Leider kein Stufe 4, habe ich schon geguckt. Ich werde dir dann nach einbauen, wenn es geht. Das wäre sehr schön. Wie gesagt, ich habe bloß den Eisendings dabei. Ich habe nämlich noch diesen Wassermod, diesen Wasserreinigungsmod. Aber kann der nicht reinmachen, weil ich diesen Helmlichtmod habe. Aha. 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 Es sind wieder 11 Klebeband in der Kiste. Wie gesagt, 30 brauchen wir für ein Motorrad. Ich kann, wie gesagt, sobald es dann Tag ist, gucke ich dann mal bei den Händlern. Ich habe ja schon 5 Händler. Ich habe nur 4 oder 5 Händler. Dann haben wir das nächste Problem. Dann haben wir das Klebeband und dann fehlen die Motoren. Aber ich habe mittlerweile schon 2 Motoren auftreiben können. Das wollte ich ja gerade noch zu deinem Helm sagen. Das Klebeband musst du besorgen. Wie viel Klebeband brauchst du dafür? Kommt drauf an, was für ein Helm ich ihm machen kann. Nicht viel. 28. Du brauchst für jeden Scheiß hier Klebeband und das kriegst du so gut wie nie. Soll es ein schwerer Helm sein oder ein leichter? Die schweren Halteisen oder so, oder was es da gibt. Ja gut, dann brauchst du 2 Klebeband dafür. Was habe ich jetzt? Jetzt habe ich einen Halteisen-Helm habe ich gerade. Genau, Stufe 3. Halteisen-Handschuhe habe ich auch. Stufe 3. Brust habe ich 4. Beinschienen habe ich 5. Hast 4 Brüste? Jaja. Und Stiefel habe ich 6. Bring mir einfach 10 Klebeband und du hast alles, was du brauchst. Ich weiß nicht, wie viel du herstellen kannst oder was. Ich bin halt, wie gesagt, Kopf habe ich... Auf alle Fälle ist es besser als das. Das kann ich dir sagen. Na gut, Stiefel habe ich 6. Alteisen-Stiefel habe ich 6. Alteisen-Beinschienen habe ich 5. Handschuhe habe ich 3. Handschuhe habe ich 3. Brüste habe ich 4. Sogar zarte Brüste. Oha. Oh ja. Sind richtig geschmeidig. Es ist auf Alteisen. Ja, Alteisen ist nicht besonders gut. Und ich mache die Eiselstufe viel. Uh. Uh. Also besser hast du gesagt 10 Klebeband. Na gut, wenn ich die rausnehmen kann, ich kriege da 2 Brügel, aber das macht ja nichts. Ja, jetzt spürst du danach eh nicht mehr, oder? Ja, gibt dann halt erstmal, ne. Wie gesagt. Weil ihr halt Vorrang haben möchtet. Mobiler sein oder geschützt sein. Na, mir geht es ja eigentlich wirklich nur um den Helm. Eigentlich. Der Rest ist mir eigentlich erstmal Jager wie Brust. Der Helm wäre mir eigentlich wirklich das wichtigste. Fällt es mir gerade ein? Ich habe doch gestern, glaube ich, einen Swathelm reingelegt. Den habe ich angezogen. Aha. Warte, aber ich gucke mal gerade. Der ist welche Stufe? Stufe 3. Da kann ich, äh... Gut, da kann ich 2 Mods drin hängen, sehe ich gerade. Ja, ich meine, wenn Seismir den einen mit Stufe 4 herstellen kann oder Stufe 5, je nachdem, was er gesagt hat. Und braucht 2 Klebeband. Ich meine, da mag das ja gehen. Der Helm, der reicht mir ja. Warte, 2 Klebeband kann ich da gehen. Den habe ich hier. Oh. Oh. Achso, ich muss ja noch die Krippeneinladung annehmen. Sonst wird das ja heute nix. Ich prob hier schon die halbe Nacht die Viecher kaputt und der nimmt das immer noch nicht an. Naja. Geh nochmal die EPs flöten. Hör mal, du da drüben. Ich finde das ja echt toll. Was du da versuchst, ne? Aber... Ich muss dich mal von deinem Leid erlösen. Ich muss dich mal von deinem Leid erlösen. Ja. Hm. Warum kommst du jetzt echt da um? Ja. 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 Ja.